Hi zusammen. Ich habe gedacht, ich mache jetzt mal so ein kurzes Video, weil ich jetzt gerade mittendrin bin, mal wieder etwas zu planen und habe gedacht, ich kündige das mal mehr oder weniger jetzt so an, speziell für euch. Also das seht ihr jetzt erstmal nur auf YouTube, das Video, und dann wisst ihr schon mal im Vorfeld Bescheid. Genau. Erst einmal kurz eine andere Sache vorneweg, und zwar, ja, es ist so, dass mit den Videos komme ich zeitlich aktuell nicht hinterher. Ja, ich habe zwar relativ viel Rohmaterial, aber das ist so ein bisschen so ein Zeitfaktor, das jetzt alles irgendwie zu schneiden und Tonspuren drunter zu legen und sowas. Deswegen ist es aktuell nur so, dass ich diese Detailing Ponds und ab und zu mal in Carpon reinhau, dass ihr mal wenigstens so ein Lebenszeichen von mir habt. Anderser komme ich da nicht dazu. Nächstes Jahr werde ich ein bisschen mehr Zeit haben. Da werde ich auch noch ein bisschen, also wesentlich mehr Quicktips würde ich dann bringen und so Geschichten, wo ich auch wirklich vor der Kamera dann mehr oder weniger stehe. Das ist alles in Planung. Auch so Videos, wo ich euch wirklich speziell mal irgendwas zeigen kann oder mal so das ein oder andere Produkt dann vorstelle. Aber zeitlich ist das zur Zeit wirklich auch schon seit zwei, drei Monaten ganz, ganz, ganz schwierig. Ich will eigentlich wesentlich mehr machen, nur, ja, mit Aufbereitung und Tun und Machen. Also ich arbeite nicht weniger, auch wirklich bis Ende Dezember. Es sind Aufträge da. Ich versuche ab und zu was reinzuschieben. Wie gesagt, das Material ist auch da. Ja, nur nimmt es mir nicht übel, wenn dann wirklich jetzt mal eben nur solche Geschichten kommen und dann ich eben halt mal nichts erklären kann. Genau. Ja, und natürlich ist ein Faktum da jetzt auch, weil ich eine relativ große Aktion jetzt eigentlich plane. Das wird auch jetzt gerade im nächsten eineinhalb Monate viel Zeit fressen und denke aber, dass das sich auch lohnt, speziell für euch. Und da will ich jetzt gerade ein paar Worte dazu sagen. Und zwar ist das ja so, dass ich, das habe ich die letzten zwei Jahre auch schon immer gemacht, ich so Charity-Aktion starte. In den letzten Jahren habe ich das so gemacht, dass ich größere Aufbereitungspakete in Facebook versteigert habe. Also man musste quasi einen Kommentar darunter schreiben, wie viel man bietet und was ein Auto man halt hat, dass man da so im Vorfeld Bescheid weiß. Und der Höchstbietende hat damals quasi diese Aufbereitung gewonnen. Das ist auch immer sehr gut gelaufen. Und viele, die mich letztes Jahr abonniert haben, wissen das wahrscheinlich auch noch, dass ich das eben gemacht habe. Habe aber dieses Jahr beschlossen, dass ich das in einem wesentlich größeren Umfang machen will. Also diese Aktion, die ich gestartet habe, will ich quasi ausbauen. Es ist so, dass es ein Spendenkonto geben wird. Es wird einen Lostopf geben. Die Aktion wird 22 Tage lang laufen, wo dann über einem Livestream ganz zum Schluss die Produkte dann verteilt werden an die jeweiligen Gewinner. Und dazu habe ich mich hingesetzt, schon wirklich jetzt seit Wochen und auch heute wieder Telefonate geführt. Und es kommen jeden Tag Pakete an, wo wirklich dann Hersteller gesagt haben, finden wir total geil. Wir stellen dir Produkte zur Verfügung, die am Ende in diesen Lostopf reinwandern und für euch dann quasi gewonnen werden können. Also was da alles quasi drin ist, welche Produkte speziell. Also ich zeige euch jetzt welche nach diesem Video. Da kommen aber noch wesentlich mehr dazu. Da kommen jetzt wirklich die nächsten Tage noch Pakete und Sets und Produkte. Das ist eigentlich wirklich eine sehr coole Nummer. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Genau, es ist auch so, ich will auch noch ein Video dazu speziell drehen. Also wirklich, was ist zu beachten? Wie läuft das Ganze ab? Welches Konto, dies, das, jenes? Und dann wird quasi vom 1. bis zum 22. Dezember jeden Tag ein Video rausgehämmert, in dem die einzelnen Hersteller, die ganzen Sponsoren einmal alle vorgestellt werden. Dann wisst ihr auch wirklich im Einzelnen über diesen Zeitraum dann, welche Produkte könnt ihr gewinnen. Und so wird das dann eben laufen. Ich wollte das jetzt nur schon mal im Vorfeld ankündigen, dass ihr wisst, was im Dezember halt eben abgeht hier bei mir. Deswegen auch mit dieser Planungsphase. Ich bin ja wirklich schon seit Wochen dran. Ich telefoniere hier einen Hersteller nach dem anderen ab. Ich habe mit YouTubern Kontakt aufgenommen, die vielleicht Lust darauf hätten, da mitzumachen. Und da ist auch die Resonanz auch sehr gut. Also die haben, da ist auch die Leute haben Bock da drauf. Die sagen, okay, die Aktion finden wir wirklich cool, da machen wir mit. Und auch bei den Herstellern, Wahnsinn. Also klar haben zwei, drei gesagt, nee, machen wir nicht mit. Die haben so viele Anfragen, das rentiert sich einfach nicht. Aber in der Masse ist es wirklich so, dass die meisten gesagt haben, nee, da sind wir dabei. Wir sponsern die auch den Hauptpreis. Da ist für Wachsliebhaber und Sammler auf jeden Fall was zu gewinnen. Das wird eine sehr schöne, sehr coole Nummer werden. Genau, und das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ja, wie gesagt, größeres Video dazu kommt noch. Am 1. Dezember wird das Ganze anrollen. Ich sage euch das nur im Vorfeld schon mal, weil ich sage mal, ob man jetzt, das sind 5, 10 Euro, 5 oder 10 oder wie viel man schlussendlich halt dann spenden will, ist ja keine größere Summe. Ich finde das halt eigentlich ganz cool, dass man sich dann quasi daran so ein bisschen mitbeteiligt. Die Summe geht dann auch ganz zum Schluss in der vollen Höhe, wie gesagt, an die Deutsche Kinderkrebshilfe. Das wird aber alles noch kommen. Und ja, ich sage mal, einmal im Jahr kann man sowas mal starten. Man kann sich da auch aktiv mal dran beteiligen. Und dadurch, dass es ja dann auch quasi mehr oder weniger um Fahrzeugpflege dann auch geht, finde ich das wirklich sehr schön. Genau, also das war jetzt auch so mein kleines Spezialvideo. Ganz kurz, ganz knackig. Ich hoffe, ihr habt bis zum Schluss durchgehalten. Ich habe jetzt ziemlich umfangreich geredet. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Aber wie gesagt, die Videos, wenn ihr kommt, schießt das trotzdem mal in die Kommentare unten rein. Dann versuche ich das noch zu beantworten. Und ja, habt ihr noch irgendwelche Einfälle, kreative Ideen, was man noch machen könnte? Oder wollt ihr irgendwas selber dazu beitragen? Schiebt das auch mal unten rein. Genau, und ich würde sagen, abonniert den Kanal. Ihr kennt ja das alte Spiel. Und ja, die Produkte zeige ich euch jetzt. Wir werden uns aber nicht mehr sehen. Das heißt, ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Tag und bis demnächst. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.